But there are lots of questions I have just I have to do this in German Because it's all written in German Yeah Ich habe gerade den YouTube Partner Status erreicht. Ja, du bist jetzt dein YouTube Partner Aber ich habe keine Ahnung jetzt, wie ich das ganze aktivieren soll Wenn ich irgendwie auf irgendwas hier klicke, dann Bekomme ich nur leere Felder und Aus dem Rest werde ich auch nicht schlau Ja, wenn einer von euch weiß Was ich jetzt machen muss, damit ich die Werbung auf die Videos schalten kann, dann sagt es mir bitte Ja, danke